Halligalli, ein Kartenreaktionsspiel für zwei bis sechs Spieler, Spieldauer circa 15 Minuten, empfohlen ab sechs Jahren. Schau genau und denke schlau. Liegen genau fünf Pflaumen, Erdbeeren, Bananen oder Limetten offen, wird schnell auf die Glocke geschlagen. Wer hier am schnellsten ist, bekommt alle aufgedeckten Kartenstapel. Der Spieler mit den meisten Karten gewinnt das Spiel. Alle Kartenstapel im Blick behalten, schnell die Obststücke zusammenzählen und dann flott reagieren. Hier ist immer etwas los. So fördert Halligalli Konzentration, Reaktionsgeschwindigkeit, Unterscheidungsfähigkeit und das Zahlen- und Mengenverständnis. Dieser Spieleklassiker gehört einfach in jede Einrichtung und jedes Kinderzimmer.